Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserer wundervollen Reihe zu Algorithmen und Datenstrukturen. Heute starten wir mit den Korrektheitsbeweisen. Korrektheitsbeweise sind was Wundervolles, denn damit könnt ihr beweisen bzw. zumindest belegen, dass ein Algorithmus so funktioniert, wie er soll und ja, das ist schon ziemlich wichtig, denn immerhin wollt ihr dieses Ding verwenden und wenn das Ding nicht funktioniert, also zum Beispiel die Liste nicht richtig sortiert wird, sondern irgendwo einfach zufällig irgendwelche Elemente sind, dann ist das natürlich recht schwachsinnig. Wir wollen in dieser Serie hier auch oder in diesem Kapitel hier auch vermutlich etwas mehr Mathe reinpacken und da ich weiß, dass viele von euch Mathe begeistert sind, werde ich jetzt hier nicht sagen, oh mein Gott, es tut mir so leid, Mathe, sondern ich werde sagen, yeah, Mathe, geil. Ja, aber zunächst einmal wollen wir uns mit dem empirischen Korrektheitsbeweis beschäftigen, in diesem Video, nächstes Mal kommt da ein bisschen was anderes, wenn wir auch die Einleitung hier fertig haben, weil der empirische Korrektheitsbeweis ist eigentlich relativ simpel und ja, man denkt sich zunächst einmal, da funk, warum empirisch? Empirisch bedeutet auf Erfahrung basierend und ihr werdet vielleicht feststellen, dass empirische Tests oder Korrektheitsbeweise gar nicht mal so selten sind. Eigentlich sind sie so ziemlich der Standard, aber sie sind nicht das, was man definitiv machen sollte. Und das ist selbstverständlich ein sehr simpler Algorithmus, nämlich das Maximum einer Liste. Als kleine Übung, um wieder in das Thema richtig reinzukommen, würde ich euch mal ganz kurz bitten, diesen Algorithmus selbst zu definieren und mal gucken, was ihr da rausbekommt. Der Algorithmus, den ich euch jetzt hier präsentiere, der ist natürlich absichtlich nicht unbedingt das, was man erwarten würde, okay? Das heißt, was wir hier jetzt finden, ist plötzlich ein Algorithmus, der ungefähr so aussieht. Der Algo find max und der bekommt eine Liste und wir definieren das Maximum auf minus 1 und ja, wir gehen einfach jedes Element in dieser Liste durch und falls dieses Element, also falls i einmal größer als max ist, dann weisen wir max gleich i zu. Das heißt, wir haben quasi ein neues max und das machen wir so lange, bis wir einmal die Liste durchgelaufen sind und dementsprechend haben wir hier einfach dann am Ende in max das größte Element zugewiesen. Oder haben wir? Man muss das natürlich jetzt überprüfen, ob dieser Algorithmus korrekt ist, Entschuldigung. Und das wollen wir mal empirisch machen. Nächstes Mal, wie gesagt, dann der andere. So, zunächst einmal, was ist empirische Korrektheitsbeweise? Empirisch bedeutet, wir testen stichprobenartig wie bei einem Unit-Test. Das ist ein empirischer Korrektheitsbeweis. Das heißt, ich mache find max von 0, 1, 2, 3, 4, 5 zum Beispiel und überprüfe, ob das Ergebnis gleich 5 ist. Das ist hier definitiv gegeben. Und ja, damit habe ich quasi bewiesen, dass dieser Algorithmus für diese Liste, aber auch wirklich nur für diese Liste korrekt funktioniert. Dann kann ich noch sagen, ich nehme sowas hier. Dann kann ich zum Beispiel auch noch überprüfen, ob dieser Algorithmus auch mit Integer-Overflow und so weiter klarkommt. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Muss euch jetzt auch gerade nicht sagen, das brauchen wir hier auch nicht wirklich. Das ist auch wirklich eine Sache von Computern dann, oder von besser gesagt, wenn man die Algorithmen in Code gießt. Das ist dann aber eigentlich nicht mehr Thema der Algorithmen selbst, sondern das ist so ein Spezialthema von Programmierung. Dann überprüfe ich, ob der Algorithmus 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 und minus 5 kann. Und zu guter Letzt probiere ich rein zufällig eine Stichprobe mit minus 2, minus 3, minus 4 und minus 5. Und ich merke, oh shit, der Test schlägt fehl. Und dementsprechend ist mein empirischer Korrektheitsbeweis fehlgeschlagen. Das heißt, mein Algorithmus ist nicht korrekt. Und das liegt ganz einfach daran, dass ich am Anfang das Maximum auf minus 1 setze, hier oben. Und anschließend geht es eben hier einmal durch die Liste durch und ich setze ein größeres Element. Das heißt, der Algorithmus kann nicht mit Listen, deren Maxima kleiner sind als minus 1. Also er kann nicht mit eher negativen Listen. Und das ist natürlich ein großes Problem, denn ja, dann bringt mir das halt nicht wirklich was, weil der Algorithmus ist nicht korrekt. Wie man den Algorithmus jetzt korrekt macht, das überlasse ich euch als Übung. Aber was wir hier sehen ist vor allem, empirische Korrektheitsbeweise können funktionieren. Ihr könnt damit Fehler finden, aber ihr könnt damit nicht beweisen, dass euer Algorithmus korrekt ist. Ihr könnt damit nur Fehler finden. Und das ist ein großer Unterschied, den ich hier nochmal ein kleines bisschen erläutern möchte. Denn wenn ihr nur Fehler finden könnt, könnt ihr niemals beweisen, dass dieser Algorithmus wirklich perfekt läuft. Ihr habt immer eine Kombination aus Zahlen, die ihr noch nicht getestet habt. Selbst wenn ihr wirklich hier tausende, Millionen von Tests schreibt, es gibt immer Kombinationen aus Algorithmen oder aus Listen, die ihr nicht verwendet habt. Das liegt ganz einfach daran, dass es unendlich viele natürliche Zahlen gibt. Und auch unendlich viele negative natürliche Zahlen in diesem Fall. Oder auch sogar unendlich viele reelle Zahlen, was wir hier noch gar nicht getestet haben. Also klar, man kann das dann argumentieren. Okay, der Algorithmus ist so simpel. Wahrscheinlich wird er auch funktionieren, wenn ich den jetzt hier richtig korrigiert habe. Wenn ich diesen Fehler, diesen Denkfehler im Algorithmus quasi behoben habe, das kann man so argumentieren. Aber man kann es nie wirklich beweisen, dass das auch wirklich funktioniert. Und das ist natürlich ein riesiges Manko, was man hier mit empirischen Korrektheitsbeweisen hat. Dafür muss man natürlich sagen, sind empirische Korrektheitsbeweise 10 Milliarden mal einfacher und schneller als ein richtiger Korrektheitsbeweis. Ein mathematischer Korrektheitsbeweis. Aber sie sind leider auch wirklich nur so vollständig, wie eben Unit-Tests beim Coden sind. Und die sind normalerweise eben leider nicht vollständig, weil es einfach unendlich viele Unit-Tests gibt. Wenn man natürlich die Randfälle betrachtet und dann seine Denkfehler korrigiert, sind sie definitiv brauchbar. Aber mathematisch bewiesen ist damit rein gar nichts. Und damit verabschiede ich mich. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.